Die ganzen Wasserleitungen platzen für vier, fünf Tage, bis sie repariert sind. Da gibt's kein Wasser mehr. Ist mega geil, ich brauch kein Wasser. Ich auch nicht. Kann ich halt nicht rausgehen. Ich hab mal hier noch sechs Y1-Eier. Wirst du davon noch eins annehmen, weil ich will die Breeding-Line verbessern. Du wirst die nicht verbessern, das sind alles alte Eier, ne? Aber mach trotzdem. Hä, nein, ich hab neue gemacht und, ja. Mit dem neuen, mit dem neuen Ding, Maiwan. Wir haben einen mit dem neuen von Tobi von dem 320-Milli und nochmal und mit dem hier, mit dem Euro-F-Pred und noch eins mit den beiden hier hinten. Und dann mach ich noch eins mit dem, was jetzt hier von Sam, der jetzt gleich fertig ist. Was wollen wir jetzt überhaupt machen? Ich geh jetzt erstmal traden. Ich brauch erstmal ein... ...female. 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 Aber gib mir mal zwei Eier. Die sind oben, liegen die alle. Kannst du auch andere Eier mitnehmen? Wir haben ja noch extremst viele von... ...ähm... ...Blood-Wivern... ...Poison-Wivern... ...ja, ja, nur Blood und Poison. Ich weiß nicht, was das für Eier sind, das Problem ist... ...Pred-F oder 35. Ja, die meisten sind ja beschriftet... ...Pred-F und New, äh, New-Pred-F. Das sind ja die neuen, jetzt müssen wir mal die anderen auf Old machen. Old-Pred-F. Und was? Ampred Sky, wo ist der? Der... ...der ist hier unten. Der Sterne hier, Mann. Hä? Welcher? Ach so... Na, wir haben hier unten... ...stach zu starten, meinst den jetzt hier... ...den... ...Sky F-Pred. ...der hat gerade gemacht. Ja. ... 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 Ruderinos und Stegers. Aber nicht die von dem Guten, oder? Reclaimer. Mein Gott, Digga, was hat der wieder? Ich sehe nichts. Was? Ich habe nichts verstanden, es hat absolut geleckt. Ich nehme die zwei, ich nehme das andere hier. Ah, Schmutz. 6, 9 und 3, 5, 35. Eigentlich direkt töten, oder? Warum sind die 6, 9, Digga? Ich check's nicht, ne? Der hat 8, 4 und 2, 7. Äh, 2, 70. Beide töten. Brauche ich nicht. Ja, mach. Warte, ich gleich mit dem. Ja, der sieht normal aus, Junge. Der hat scheiß Leben, aber gut ist Midi, Mann. Aber guck mal, der hat, glaube ich, ne Mutter hier, oder? Ja, die Flügel haben hier oben, das Rote haben hier auch. Oh, das sieht irgendwie anders aus, ne? Ja. Lass den mal. Okay, nur den anderen. Der hat halt so wenig Leben, Junge, guckt. 80 Leben hatte der nur noch. So, warte mal, wo hab ich jetzt den Track P hin? Junge, was... Oh, Gott. Trick zwei lang. Ah, sein seiner ist jetzt auch gleich fertig, der mit dem verbesserten Willi. Warte mal, muss man mal gucken. Na, der hat, der eine, den ich jetzt gerade gekillt habe, der hat die Stats von dem her, der hat auch 6,9 Willi. Hat so der Schmutz. Wo ist denn der Walfall mit 10K, jeden? Kicker, bin ich jetzt, ah, Kicker, also. Der hat halt 10K Leben, war nur 350 mili, äh, das ist eigentlich eins der besten. Dann, dann, preat ich die beiden direkt dran. Komm mal kurz mit, mit Vibern. Sofort, oder? No Tropical einfach. Ach, komm, ich nehm Heavy. Oh, shit. Mach mal schnell. Ja, aber ich dachte... Hä? Gib dem mal Essen schnell. Ja, brauchen die... Was stressen die Beeren? Ja, ne, der war glaub nicht am Futtertruck. Wo ist der andere? Ach, scheiß drauf, denke ich geh jetzt zum Ding, zum Job, Terminal. Soll ich mitkommen, oder? Ja, komm mit. Ach, ne, Digga, scheiß drauf, ich hab keinen Bock zu warten jetzt. Ich hoffe mal, ich werd einfach nicht abgefahren. Wo geh ich hin, wo es am Safe stehen ist, äh... Also soll ich jetzt nicht mitkommen? Also komm mit dem Tropical. Geh zu dem, äh, Ding... Ich geh zu dem, äh, Terminal, der ganz hinten bei der Wüste da. Ich geh zu dem, äh, der ist ja zu dem, äh... ...ja... ...jetzt... ...jetzt... ...dävi, willst du den Transmitter genau für sowas? Ja also kein Transmitter? Nö Dittium Ich flieg jetzt los Ich geh zu dem, die Cordy sind 60, 15 ungefähr Oder? Ja 16, 15 ist's Da lad ich mich ungefähr hoch 16, 15 Äh, 60 Dann Terminal Ich krize Bei uns wird doch Es wird wieder ne Rain gemacht Bist du Angst hier, ne? Ja, bei uns wird ne Rain grad gemacht, oh mein Gott Von wem? Ja, ich bin so tot Oh mein Gott, ich bin in die Toads reingeflogen Junge Von wem? Weiß ich nicht, der verfolgt mich Geh wieder Base Mit, mit was machen die? Mit, mit, mit was machen die? Mit, mit Wild Ones Die haben dabei einen In Tod auf jeden Fall stehen Ich hab Angst, Digga hier Ich hab Angst, Digga hier Bitte, 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 bitte Keiner, keiner Komm, mach hin, ne, komm, komm, komm Gib Gas Jetzt Tribe of LSD, Junge Was machen die Wayne? Ja Hab ich noch nie gehört, den Trap 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 Ist wahrscheinlich von einer anderen Map oder so Fliegst du hier mit den Vivern? Und Droppe rum? Geh zurück zur Base einfach Bei unserer Base wird auch grad ne Rain gemacht Ich hab noch nie gehört Ein Teil von der Wayne 10k nur, bruh. Machen die. Ja, vor unser Base direkt. Oder zweite Base direkt. Ja, keine Ahnung. Soll ich mit Giga? Nein! Nicht Giga. Ja. Was schreibt der kleine Pengel wieder? Ragnarok? Der Scotch-Earth, ich tue den Ding traden. Den Tyrinos und Stegos. Gegen den BP und zwei Eier einfach. Das sind aber die Schmutzpfeiferns. Der soll mal ankommen. Mit der D-Rain abfarmen. Naja. Der geht off und soll direkt wieder ankommen, oder wie? Bin ich hier, Digger? Ja, D-Rain. D-Rain machen, abfarmen. Statt drüben, oder? Hä, warte mal. Wo war nochmal Churchcalf? Da drüben, ne? Der kommt ganz sicher jetzt, D-Rain. Wenn's deine Mutti ihn hört, macht's klapp, klapp. Und weg. Immer ab. Das ist bei uns sogar ein Giga, Digger. Aber ich hab eh nix zu 10 dabei. Ich hab so Bock, ein Giga zu teamen, egal ob ich Solo bin oder mit dir, ne? Ich hab richtig Bock, irgendwie. Lass mal gleich auf. Tribe of Tata. Mach dir eine Warn. Lass mal gleich auf. Auf welchem Map Center? Ne. Äh, wo kann man Gears und Wischentail? Maggeo auch nicht. Center. Center. Center ist eigentlich am besten, ja. Naja, aber... Müssen wir halt schon ein paar Helpys mitnehmen, auf jeden Fall. Versteigen, Drop, Leben, Junge. Alter, wie viele neue Tribes hier sind? Tribe of Trilly. Die kennen die gar nicht. Die kommen wahrscheinlich alle von anderen Babs grad rüber. Die machen Wains. Das ist alles. Alles Huren-Söhne sind das. Farmen unsere Wains ab. Das ist alles. 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 lokal Tobi soll ich einfach naked auf nen Mantis gehen und wenn der Drop fertig ist und jetzt verstecken wenn er fertig ist und einfach reinrunnen und ja mit Vivern einfach ja und Mantis grippen ne das geht ja nicht achso den Mantis aber ich weiß ja nicht ob der Vivern äh ob dort Heavy stehen egal Junge wenn da 23 Heavy stehen stirbstehen aber bei einem Heavy easy einfach runter Mantis jetzt kommt ja noch ein Bloodstalker Junge oh mein Gott die werden so hart gefickt die werden so hart gefickt Junge werden so abgefarmt werden so abgefarmt dann 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 Das war's für heute. Ja, sind die noch da? Ja. Ich mach mich jetzt kurz naked und wandern mit dem Wyvern da rein. FFA. Oben rechts von Gigas fliegt er mal schön hin und guckt. Digga, auf Scotch-Earth bringt nichts, ehrlich. Bringt gar nichts. Ja, ich komm da jetzt Runde, ne? Wo? Zu uns? Oder zu mir? Ja. Ja. Wir haben jetzt noch Rhinos oder nicht? Hallo. Die sind gerade bei Welle 2 von 5. Hast du gerade mal. Das dauert noch ein bisschen. Ich gehe bei Welle 4 von 5, gehe ich die abfucken. Glaube ich. Na ja, schon mal gucken, ob die überhaupt Heavys haben, damit wir den Mantis dann crappen können. Direkt rechts runter oder wie? Na ja, bei unserer, nicht dort wo wir vorhin gemacht haben, sondern bei dem 2. Wir haben ja 3 Spots direkt in der Nähe. Bei dem 2. Ich müsste eins mit dem Blatt runter, glaube ich. Von dort wo du kommst jetzt, müsste auch noch eine Wayengeschicht sein. Auf dem Weg, neben der Stadt. Auch auf unserer Seite. Da musst du aufpassen, musst ein bisschen höher fliegen. Die haben dort nur einen Heavy, aber trotzdem. Oder zwei Heavys haben die ja da, glaube ich. Da fliegt halt in der ganze Zeit eine scheiß Trope rum und beschützt die Junge. Mit Raketenboost. Die Leute aus einem Vamp. Und erste Ausriff. Warum gab es nicht? Ich mach dann Heavy Hammer Das ist einfach ein feindlicher Sleeping Bag in uns Ich lock den Giger jetzt mal zu denen Na Die haben ja gar kein Heavy Ja doch eins Ne die haben ja gar kein Heavy Die haben kein Heavy da Digga Shotgun nicht bloß Ja Lenk die mir ab ne Oh mein Gott Digga was haben die für Shotgun Pipis Warte ich Leben habe ich noch Wenn die mich gesehen Ich hab Von 8900 habe ich 6400 und der hat mir 4 Schutz gegeben Sehen die mich Wir sind ja auch bei dem gleichen Natürlich Was bist du Er hat schon wieder geschott Gar nicht Mit Vivern oder was Ja ich bin mit Vivern da Ich glaub ich grab eine Ich glaub ich geh jetzt aber auch Hände jetzt ein Heavy oder nicht Natürlich hände ich eins Nein also Sicher Ja sicher Zwei Stück sogar Hä Ich bin da aber übelst nah rangeflogen Also eigentlich über die Rain drüber Aber vielleicht haben sie es jetzt gerade das Ding gesetzt Jetzt auf Trauben hinter dir Ja Digga keine Ahnung Ich bin schon wieder laut Digga Wer ist mit Trobe jetzt unterwegs? Du dir oder du du? Die Wie sind es denn? Es sind 5 Leute Junge Ja Ich glaub sie haben mehr Ja das macht keinen Sinn Junge Das ist noch ein Terry gewesen Also auch noch ein Terry Ja das bringt nichts die Welt zu Die machen das einfach Ding Aber wir können zu der anderen Rain gehen Wie gemacht wird Wie gemacht wird Bringen wir mal den Weivern her Da haben wir gerade zwei bei uns Von we- ey wie zwei? Zwei verschiedene Ja Heil dich, heil dich überhaupt Geh du mal kurz Schweine heilen halt kurz Es geht kurz mit Trobe über Über die andere Rain muss Wo die Rain jetzt unten ist Bisschen weiter nach rechts Also nach rechts zu dem Wo du jetzt gerade warst In dem Terminal Dann müsstest du sie direkt sehen eigentlich Also nicht bei dem dritten Wainspot bei uns So noch ein bisschen weiter Ja hallo Ja hallo Ja hallo Pfff Pfff Das ist nur ein Z-Kabus Junge Das ist nur ein Z-Kabus Junge Unten oder wo? K-ja Unten Was willst du machen? Traden Einer Ach so Pffft Das war's für heute. warte links oder was zu dem terminal musst du fliegen ungefähr also schon darauf auf der seite von der stadt jetzt hier einfach mit scheiß drauf ich bleib hier jetzt liege einfach von hier aus direkt zum grünen bisschen ganz kleines bisschen nach rechts halten ich glaube ich picke es ein wenn die da heavy ist oder nicht ich sehe es nicht die man das mit terrings hast du einen? ja ich habe einen gekillt ja wir machen einen damage junge du ist ja geisteskrank junge ich kann halt nichts machen digger ich würde dich so looten ne ich kann ich kann ich kann ich kann das ót Ich hab da offen, Pill of Heavies. Muss ich mal Augen aufmachen. Auf dem Berg dort. Dobi, auf dem Berg? Ja. Ich lenke ihn kurz ab. Und auf der K... oder... ne, ne... Ach, Digga, dieses G-Shotgun, das fuckt so ab, Mann. Du musst halt den Tropen mal dorthin loggen. Wer schaut, Gendaya? Okay, die haben Tor, 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 Tor. Ja, hab ich dir ja gesagt, oder nicht? Na, aber auf Low haben die die. Ach, ich kann den nicht looten, Junge. Nicht einfach hingehen und so ein Looten, Junge. Was ist das überhaupt? Ich weiß den Namen gar nicht. Ist auf jeden Fall nicht auf der Map. Nein, ich weiß den Namen gar nicht. also ich hab die noch nie schreiben sehen in Tribe der andere Tribe der dort mal gemacht wird also LSD habe ich auch noch nie hier schreiben sehen also eigentlich müssen die sich ja dann noch irgendwo hochladen Aaaaaaah Du Raine fertig? Na wollen wir jetzt versuchen den zu picken oder was? Ja erstmal warten Na die zweite Raine ist jetzt fertig soll ich dort sind? Na ne die haben dort glaube ich mehr Turrets stehen Aber wir können bei der zweiten Raine wenn die Turrets aufgehoben haben und losfliegen können wir versuchen eben zu crappen und Hoffnung haben dass der ist im ganzen Element Ich werde die Plätze hier erzählen Heavies Hm? Man ist das geshotgunne immer von den Junge das fuckt mich so ab Junge Ja keine Ahnung wie geil ich Ja bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ja ich bin weg Hau rein Hm? Ich bin tot 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 Ja, heil doch, du Hurensohn. Ach, ich check das nicht, ne? Ach, dicker Mann. Buying trikes, lol. Ach, dicker Mann. Man in Schwarz, okay. Hast du jetzt gepennt, oder was? Wenn du schnell kommst, ne, das sind Leute, ne? Ich kann aber nix machen, die Shotgun nicht, aber ich muss immer heilen. Digga, obwohl ich um 22 Uhr pennen gegangen bin, bin ich dann aufgestanden. Aber ich wollte eigentlich gar nicht einführen, aber ich war so müde, Digga. Ich habe ganz oft versucht, wach zu bleiben und dann... Was machst du? Wir machen das Haus jetzt sauber. Ich habe dir gerade eben gesagt, dass ich unten alles weg mache, du Lappen. Nervt der mich, Junge. Alter, ich glaube, sag ich steh auf, wir machen jetzt das Haus sauber. Alter. Der spinnt. Lobi, wir gehen aber bestimmt nachher nach Discord, oder? Maybe. Perfekt. Da muss ich noch duschen gehen. Dann muss ich noch unten alles sauber machen. Und danach muss ich noch duschen, Digga. Dann noch Schule, oh mein Gott. Ey. Schau so mein Leben. Ich will einfach arbeiten, geh mein Geld verdienen. Okay. Easy peasy. Woah, easy peasy. Ich würde so gern arbeiten, geh mir alle vier schulieren. dieser stresst nicht, ne? so'n Lappen oh leu, ich hab's jetzt auch dabei der Trope ist grad weggeflogen der hat wahrscheinlich das Element, oder was? ne die sind nicht fertig, ne? ne, der ist noch da ne, ne aber jetzt ist hier noch ne Eule und fackt die ab ja, der Trope ist wieder da ja, ich bin schon wieder alt Digga, wie Digga, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot oh mein Gott Digga, die standen da grad zu tritt die standen da zu tritt oben bei dem, dort wo wir die Heavys haben und haben mich geschockt und der Trope hat ja auch irgendwie alle mitgenommen, Junge Digga Alter, am lief nicht, ich bock da einfach mit den Gegern die WAN kaputt machen, Digga ne die haben da Heavys, ein Heavys stellen boah ich glaub ich nicht, ich werd sogar von der Mantis kommen das das jetzt ist die letzte WAN, was die machen das die letzte pass auf Tobi, die sind alle zu tritt oben Shotgun das sind die Neve von unserer Base ja ja, das ist der zweite WAN Spot ich muss kurz über den Shotgun tauschen, dann kann ich wenn er schon jetzt einfach mit HAVI wäre ich probier irgendwann ein Heavys zu platzieren, glaub ich ich hab auch noch ein Heavys im Inventar weil es mich keiner gelootet hat, wenn das passiert ist, bin ich eben da ich kann ja nix machen gegen vier Leute halt die haben da irgendwo in der Nähe ein Heavys Problem oh mein Gott die haben da überall jetzt Heavys die haben halt so heftige Shotgun-PPs was macht der Tobi, und was ist sein Plan? bestimmt ein richter Paul Berger wo ist der Paul WAN? keine Ahnung ja, Tobi glaub ich, oder? nein ich würd am liebsten das HEAVY hören du hatt's doch aber gesagt du hast du nimmst kurz meinen WAN draußen der steht der draußen stand der gefühlt überall jetzt Heavys, ne, die Typen das sind fünf Leute, ne ja ich muss halt grad kurz einen Weibern suchen, ne also du musst ganz kurz noch aushalten die im Schach halten was für eine WAN ist das überhaupt 10k die machen das mit Terrys und zu fünf gefühlt aber die kommen nicht von dem äh von dem Server, äh von der Map da müssen die sich safe noch hochladen äh können die eigentlich dann, wenn die die Heavys aufgehoben haben die ganze Zeit PvP äh PvP ich hoffe wir haben auch viele Elemente warum die ganze Zeit der Replica durchgeraftet natürlich haben wir viele Elemente keine Ahnung was er gemacht hat ich fühl irgendwann HEAVY Blut ziehen, ich weiß nicht wo ja na heid jalla Paul, heid mal weiter ich weiß gar nicht was wir hier was ne ich spinne schon weiter Junge snipe mich doch nicht da an die Fatzen die gehen mir so auf die Eier, ne ihr müsst die mal ablenken Junge jetzt das kann ja nicht sein hier oh die haben den Weibern geclared oh die haben den Weibern geclared ah ne doch nicht lang sag schon mal kurz in den Chat Weibern feiern Lobi ich schreib schon mal kurz in den Chat damit ich genauer so schön fliegen muss nicht beschreiben das ist deutlich oh er ist gleich tot das war er nicht ach fuck man ich muss den Shotgun jetzt Junge Truppe scheiß auf den ich stehe hinter mir schreib mal jemand Quartz Paul oder schlägt mir den Stand ne ne was für kurz vor der Base Junge reizt nicht vor der Base ja ja ok viel Spaß hey sind die Abkorn oder ne wo ist der Weibern der muss Stamira tanken ja er wird noch mehr Nocle rechtap Santo konnte gar nicht mehr durch doch Aber ich hab's auch nicht gebaut, ich hab mich auch aufgeregt Um 11 war das glaub ich Bitch Hör doch auf mit deinem G-Shotgun, du bist so eine Fotze, du bist so krank Ich weiß wie ihre Heavys steht, die geh ich jetzt grad, die haben ja noch zwei Heavys Die haben mehrere, nicht zwei Heavys Der war grad nur zwei, ich run davon jetzt eine Mach Oh mein Gott, hier oben, die zwei Heavys sind von uns Ja Jaja Ich hab ein Heavys platziert da über den Ich weiß nicht ob das Runde schießt, ich glaub schon, ne? Nee Habibi Kravitz, du meinst darfst, falls ich sterbe, Digga, ich hab alles im Inventar Ja, ich bin ein Heavys dabei Geh in der Peti Peti, bitte bleib stehen, ich muss neue Rüstungsteile anziehen Du bist tot, ne? Nein, ich bin dead, ich bin dead Peti, bitte, Peti, lass mich nicht in den Stich Ach, du bist so dumm, ne? Aber wirklich, du bist so ein Anfänger, das ist so krank Was für Anfänger, Digga, ich konnte ihn töten nicht, mancher hat mich sofort gefickt Irgendwie kann man das Schild nicht mehr nach vorne halten, wenn man am Laufen ist, Digga, absolut dumm Kann ich nicht graben, Junge Pass auf, da kommt jetzt doch einer mit Shotgun Ich seh seine Leiche nicht Ich seh sie schon, aber Hä? Du bist so ein Bus Ich krieg diese Leiche nicht Ach, keine Ahnung, wie geil ist Warum musst du das auch runnen, Digga, check ich nicht, ne? Habe ich auch Ja So, okay, hier sind zwei Dilos Von der Wren Lass die einfach Die müssen die ja irgendwie killen Knall Oh, hier ist n'n Was haben wir denn fürn'n Steko oben Einen weiblichen, also von den normalen Nehmer die, ne, ehh Das ein Eier gehätscht, oder was? Ne, wir haben, ich hier ist ein sind die eier gehetzt oder nicht welche eier denn ich hab glaub stege eier hingeworfen männlicher 145er stege also kein text oder normaler und wir haben ja noch nur normal ich weiß nicht was mein gott digger in dem mit nicht den schweig irgendein stege ich bin jetzt hier unten aber ich muss eine etage höher das wusste ich nicht kannst du mich da hink krabbeln krabbel dich an mich hier hier bin ich hier unten das schnee Wiener wer ich sehe dich nicht Tobi na hier krabbel dich krabbel dich das Paul krabbel dich Paul ich hab keine krabbelung du musst mich da an ganz Ecke musst du mich hinkrabben pass aber auf dass du mich in die Tür fliegst ja ne ne ich bin zurückgebracht Koko Schnee was sind an die ganzen Fotzen jetzt aber gib mir grad auch krabbeln warte noch ein Stück ich hab nix dabei ich bin komplett naked ja jetzt lass mich trocken au 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 ich bin fast tot Junge haaaa wa oh mein Gott die heatet mich einfach den Heavys ins direkt am am Ding ne by the way und wo kommt jetzt der Blitzriver wieder her check ich nicht mit was bauen die ab der Blitzweiber entkommt einfach mit was bauen die ab Tobi weiß grad nicht den Bane zerstört schon hat ja mit Terry mit Terry WTS ah ne Mantis da aber ich kann nicht krabbeln ich bin one shot ja wir müssen warten wir müssen warten bis sie die Heavys aufgehoben haben zumindest nur zwei drei ich bin komplett low bin komplett low ja sind sie die Dings will mein Bloodweiber entkog ich will mein Bloodweiber entkog ich will mein Bloodweiber entkog die gehen jetzt auf den Tropen und hauen ab Junge ja tschau was nehmen die? die haben die Tropen sind abgezogen Schneeäule auch was sind der Herr die gehen die gehen safe zu dem Tropen dahin äh zu dem zu dem Abtau dahinten gehen in die Stadt ne was sind der Herr was sind der Herr der mach na kommst du mit? ja ich hole ja schnell wie hier wie viele Upload äh wie viele ja wo bist du alle Dinger gibt's in der Stadt und ich bin grad gespawnt wie viele Dinger gibt's in der Stadt? viele keine Ahnung alle denkst du halt wer ist Kishko kannst hier das Turidrun ohne zu sterben Digga ich ich hatte mein Schild vor mir aber wenn man jetzt lauft dann ist der Schild einfach nicht mehr da vorne ist richtig behindert man muss crouchen oder normal gehen oh die Eule ist vor mir ich glaub der hat disconnect und er hat sie nicht ich krieg aber safe disconnect ich hab ihn runtergegrappt ein er fällt ich seh ihn nicht nice okay du musst den Blitz gehen und dann ficken wo oh oh ich hab ihn er loot ihn loot ihn loot ihn oh der Trupp ist da ich muss trotzdem looten hä man du hast jetzt Zeit schnell zu looten er kann dir eine Granate rein werfen werfen oder nicht der Trupp ist bei mir der Trupp ist bei mir im Element wahrscheinlich was hat denn der alter was hat denn der alter Megakit oder was was muss er gucken alter er hat den Vivern schmeckt er hat den Terry schmeckt und sonst nur Schmutz mein Gott das leckt grad voll richtig oder wo ist der Truppe geht er fliegt richtung richtung äh wüste zum 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 ich hab der glaub ich hab der hat glaub'n Disconnect bekommen warum fliegt er straight der 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 ist richtig weit nach vorne und dann auf einmal zurück siehst du ihn noch nein der ist weg ja dann hat er einfach sein Ding gemacht seinen Boost na der hat die ganze Zeit schon seinen Boost aber der war der war noch voll weit in range von mir von meinem Sichtfeld Selling Alpha Brute PM ich schreib den direkt ja wie viele Satscher wieder hier drin sind ja wie viele Satscher wieder hier drin sind ja ich weiß halt nicht wo er ist ne ich glaub' ich gern für zurück das bringt eh nix wir finden den eh nicht mehr hast du denn eigentlich geht ein ja ja aber der hatte kein Element das ist echt der Problem egal also ehrlich hab ich eigentlich irgendwo Grapplinghooks drin eh ja ich hab Disconnect schmeckt echt jetzt ja Disconnect schmeckt nachher gebaut auf Stein da bin ich hier